Hallo und willkommen zurück bei Age of Mythology. Wir waren hier bei der nächsten Kampagne-Offenbarung. Starten wir rein. Die Helden müssen den Rambok von Gargazus zerstören, bevor er das geheimnisvolle Tor in der Unterwelt aufbrechen kann. Eine gigantische Festung mitten im Nichts zum Schutz eines riesigen Schachts, der hier hinführt. Und ein Zyklop, der Feuer auf uns regnen lässt. Ich habe das Gefühl, wir haben es hier nicht mit einem Banditen zu tun, Chiron. Was meint ihr mit hier? Er meint Erebus, das Reich des Hades. Wir befinden uns in der Unterwelt. Was? Ein Tor. Was wohl dahinter ist? Ich weiß es nicht. Aber wenn unser Freund der Zyklop es öffnen will, sollte es besser geschlossen bleiben. Wir müssen diese Ramme zerstören. Ruf sofort nach Verstärkung. Jawohl! Etimus. Etimus. Esto. Malista. Malista. Volumen. Volumen. Es Malista. Volumen. Was heißt Volumen? Volumen. Ne. Es Esto. Volumen. Malista. Esto. Guck mal, wenn noch hier das Ding ist, dann kann ich doch hier direkt den... ...theoretisch den Blitzangriff machen. Volumen. Volumen. Esto. Malista. Malista. Esto. Malista. Auf leisen Gummisäulen. Talos. Es Voli. Talos. Talos. Es Voli. Malista. Volumen. Malista. Wir gehen erstmal nach rechts. Malista. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas Schönes. Malista. Malista. Esto. Kann man da drüber gehen? Wir könnten diesen Tunnel blockieren, wenn wir diesen großen Felsbrocken losbrechen. Ach da. Esto. Malista. Malista. Esto. Kommt von da überhaupt Gegner, habe ich jetzt nicht gesehen. Wieso habe ich hier permanent das... Es ist weitere Verstärkung eingetroffen. Dieser nemeische Löwe wird für uns kämpfen. Ne. Volumen. Ich habe irgendwie einen Cursor-Bug. Esto. Volumen. Malista. Volumen. Volumen. Esto. Malista. Der Cursor, der ändert sich nicht mehr. Bleibt immer das letzte Symbol. wo kommen die denn her es ist weitere verstärkung eingetroffen was ist denn mit dem hier los habe ich sind gerade der bug drin diese medusen werden uns gegen unsere feinde beistehen gut ich habe hier eigentlich nicht so wirklich viel zeit aber ich habe trotzdem gerne mal gucken was man so findet ihr wisst doch wie es ist hier kann man nicht drüber gehen und den weg kann man aber auch nicht sperren schon wieder verstärkung geht doch hier lang passen hier nicht durch oder was der wurde direkt hier zu stein gemacht erst mal dran vorbeigehen schaden am tor sind immer noch 20 prozent die ganze zeit es ist weitere verstärkung gekommen 30 prozent verstehe so springt das wo kommen die denn her macht mal platz für die rege es ist weitere verstärkung gekommen immer mehr einheiten so muss das sein hilf doch einfach die leute euren nutzlosen angriff auf so nutzlos scheint er ja nicht zu sein das ding hat aber sehr viel leben tor zerbricht es ist weitere verstärkung eingetroffen volumen was müssen wir tun um diese ramme zu zerstören die leute da drin killen die leute da drin die leute da drin die leute da drin Die lieben wir immer noch. Geschafft, Poseidon sei Dank, Volumen. Geschafft! Mal gucken. Hahahaha, sehr interessant. Ich dachte, ihr wäre zu klug gewesen, meine Warnung ernst zu nehmen. Zum Glück führen mehrere Wege in den Tartaros, dieser kann also ruhig geschlossen werden. Der hat aber sehr viele Kräfte. Es wird ewig dauern, hier durchzugraben. Der Zyklop sagte, es gäbe noch mehr Wege in die Unterwelt. Also gibt es auch noch andere Wege heraus. Schatten, die Toten. Wir sind hier fremd, aber sie sind zu Hause in diesem Reich. Sie können uns hier herausführen. Oder uns angreifen. Ne. Ne. Okay, ich habe immer noch das. Na gut, stört mich jetzt nicht unbedingt. Solange ja der Rest funktioniert. Hauptsache die Reden. Das ist gut. Das ist das Wichtigste. Volumen. 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 Ne. Volumen. Malista. Ich habe einen Geist. Was kann der Geist? Etimus. Etimus. Kalos. Kalos. Ja. Diese Schatten können für uns sehen und kämpfen. Doch wir sollten ihre Hilfe mit Bedacht nutzen. Ihr müsst Hades' Reich durchqueren und seine verlorenen Reliquien bergen. Spike. Miss laufen. Willingen. Wolling. Garo. Es wollen. Es wollen. Das ist gut. Es wollen. Haben nicht, können wir noch nichts dazu sagen. die schatten speziell weiß es gar nicht mehr geisterschiffe werden sie alle griechischen soldaten wird gemacht gut dass die hier die einen versteinern ist natürlich gefährlich da verliere ich natürlich einiges an einheiten so ich brauche die reliquien die medusen haben mir sehr viele einheiten gekostet hier ist die sicht auch sehr getrübt meine leute aber weggeschleudert werden die geister können ja zumindest gut sehen unser weiblich ist natürlich ziemlich schlecht wir sollten nach weiteren schatten suchen natürlich seid ihr gerettet für wen haltet ihr mich ich weiß noch ich habe das früher immer unendlichen zaubern gespielt das weiß ich noch weil ich das immer so geil finde dann habe ich hier mal rein gespammt hier haben alles weggeblitzt bam 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 ja da wird der tempel vernichtet genau ihr seid gerettet denn ich bin der retter der retter da muss ich erzählen dann das ist das ist das ist das ist ich brauche mehr platz um hier durchzukommen ohne schatten sehen wir halt nix mali 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 volumen etimos mali 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 rein uns wurde die wiederherstellung gewährt direkt nutzen mali mali Ich bin bereit. glück gehabt kein schiff verloren wir müssen auf jeden fall das mit der flagge dem darf nichts passieren Etimos. Trostagma. Läge. Etimos. Etimos. Ne, esto. Izvoli. Wir sind gerettet. Esto. Prostagma. Es ist die Frage, ob es hier noch mehrere Orte gibt, wo wir hin können. Okay, ne, wir kommen hier nicht rüber. Ne, es wird ja sein können, dass es da weitergeht, um noch mehr Leute zu retten. Malista. Estos. Läge. Etimos. Volumen. Etimos. Vubu-Man. Ach, diese Geister sind so Suicide-Dinger. Ist wohl lieb. Hallo. Test. Das ist natürlich eine Verschwendung an Geistern, was ich die ganze Zeit dann mache. Volumen. Esto. Volumen. Malista. Volumen. Esto. Volumen. Volumen. Malista. Volumen. Volumen. Alles klar. Ein Gewittersturm von Zeus geschickt. Volumen. Esto. Volumen. Esto. Es mal ist. Ein Gewittersturm. Volumen. Esto. Esto. Volumen. Esto. Volumen. Esto. Esto. Volumen. Ist es auch hoch, können wir jetzt nicht, ne? Doch. Wir müssen noch ein paar Geister freischalten. Damit wir hier mal was sehen. Esto. Esto. Mal ist. Esto. Am besten, wenn die Geister nicht angreifen würden. Esto. Volumen. Malista. Ne. Malista. 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 Etimos. Esto. Ne. Volumen. Malista. Esto. Ist volumen. Brennen die einfach. Malista. Volumen. Malista. Esto. Malista. Esto. Etimos. Ne. Volumen. Volumen. Malista. Malista. Es malista. Esto. Malista. Esto. Etimos. Ne. Malista. Esto. Etimos. Ah. Ne. No. Ah. Ei. Etimos. Esto. Malista. Esto. Nur noch ein Geist. Oh shit. Es. Volumen. Esto. Ist voli. Nur noch die Hauptleute sind da Und ein Gewittersturm Unsere Aufgabe ist erledigt Die Reliquien sind wieder an ihrem Platz Tempel Arcanthos, die Götter waren schon früher mit euch Vielleicht wird einer von ihnen jetzt auch helfen, wenn ihr sie bittet Gut, dass in einem von ihnen Poseidon verehrt wird Es hat keinen Sinn Warum antwortet Poseidon nicht? Vielleicht ist euch ein anderer gesonnen Was ist mit Zeus? Ihr alle, geht! Schnell! Wir hätten das erste Tor zu Tartaros öffnen sollen Wenn du den Atlanta getötet hättest, als er dir den Dreizack abnahm, hätten wir das auch gekonnt Was, wenn er aus der Unterwelt entkommt? Was schon! Er wird keine Armee ausheben und sie nach Ägypten führen, bevor ich den Altvorderen befreit habe Was ist mit den ägyptischen Göttern? Einzig Osiris würde gegen uns stehen und Kemsid behauptet, dass Seed sich um ihn gekümmert hat Ausgezeichnet Selbst wenn der Kanktos aus Erebos entkommt, wird er mir nicht noch einmal entgehen Das wäre besser für ihn Poseidon wünscht seine Söhne wieder an die Macht Kein Atlanta wird ihn aufhalten Sie betreten den ägyptischen Teil der Kampagne Möchten Sie eine kurze Einführung zu den Ägyptern sehen? Ja, bitte! Wenn Sie die Ägypter spielen, sollten zwei Dinge bedacht werden Erstens, der Pharao ist eine der wichtigsten Einheiten Er kann beauftragt werden, seinen Zauber auf Gebäude in ihrer Stadt zu legen Solange der Pharao ein fertig errichtetes Gebäude verzaubert, wird dort das Ausbilden von Einheiten, die Entwicklung von Verbesserungen und das Sammeln von Rohstoffen schneller durchgeführt Der Pharao kann seinen Zauber auch auf die Grundmahnen anwenden Dies beschleunigt den Bau eines Gebäudes Im Kampf ist der Pharao sehr wirksam gegen mythische Einheiten Da sie nur über einen Pharao verfügen, ist es sehr wichtig, wo und wann sie ihn einsetzen Die Ägypter erwerben Gunst, indem sie Monumente errichten Es können fünf verschiedene Monumente errichtet werden Sie können von jedem Typ nur eines errichten Mit jedem neu errichteten Monument steigt ihre Gunst schneller an Krass, die haben auch tatsächlich das Einführungsvideo erweitert Ist jetzt leider nicht vertont gewesen Weil wir haben die Originaltöne ja drin Ihr habt also keine Ahnung, wo wir sind Admiral? Was tut ihr hier? Wir haben uns verirrt Und Pech habt ihr auch noch Ich bin Amanra, haltet eure Männer bereit, wir müssen dieses Gebiet verteidigen Verteidigen gegen was? Diese Oase birgt noch andere Schätze außer Wasser Ein Erliquir liegt hier vergraben und meine Feinde sind unterwegs, sie mir zu stehlen Was haben wir damit zu schaffen? Seht euch um Diese Schluchten sind die einzigen Zugänge zu dieser Oase Benutzt sie und ihr lauft den Anhänger von Seth in die Arme Entweder ihr sterbt dort oder ihr kämpft mit mir hier Ihr habt die Dame gehört Verstärkt die Befestigungen und bereitet den Angriff vor Sekunde, ich muss gerade Hier stimmt irgendwas gerade nicht bei meinem Dingens Ich bin hier gerade mit der Multisplit Klima noch ein bisschen am rumtesten So Ein Priester Der kann erkunden gehen und er kann diese Obelisken bauen Und er kann heilen Ziemlich verteilt, ne? Ah, hier sind noch welche Grieb Heilen machen wir mal automatisiert Warte, wir machen das bei dem auch mal Oh shit, jetzt muss ich es wieder ausmachen Da kommen sie Volumen Unterwelt Passage Ich könnte aber ein paar mehr Einheiten hier brauchen Wir müssen diese Welle so lange wie möglich halten Ich habe leider kein Dorfzentrum Ich könnte trotzdem eine Kaserne bauen und sowas Ich bin hier Inweg, U-I-R Ap Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin Malista Esto, Malista Ich bin, ich bin, ich bin Kid 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 Veja Ne etimos Volumen Malista Rig U-I-A-I-U Do you refer? No Malista Esto Inito Kids KID KID IATAWIT Etimos Volumen Malista In which KID BAYA Entio KID BAYA Veja Ne Den müssen wir weg holen Ich weiß nicht ob der durch geht Am besten wäre es natürlich wenn wir mehr Leute hätten die ausgraben würden Aber ich brauche natürlich auch hier konstant Leute Nochmal zwei priester Etimos Malista Esto Malista Kalos Esto Griek Und die priester die sollen heilen Enito Griek Enito Griek Ich brauche mehr Gold Die Reliquie kommt zum Vorschein Enito Ich brauche mehr Gold Ich Das alles hier drin machen kann wieso brauche ich das ding dann Hier kommen wieder welche Aber der muss weg Okay hier kommen auch welche Auch etwas größere Gruppen Und Katapulte Ine Jereck Greek Greek Ayo refer Tayo Grig Tayo Ak Tayo We Yaka Wir müssen auf jeden Fall das Katapult Platt machen Wir sind ein bisschen weit weg Bann mit I.U. Repair U.I.L Inito U.I.L. Tayo Kro I.A.T.A.W.I.T. Greek I.U.R.E.F.E.R. Tayo Greek I.U.R.E.F.E.R. A.K. Kro I.A.T.A.W.I.T. So, da können jeweils 10 Leute rein. So, da will ich alles in der Warteliste rein knallen, machen wir jetzt den hier. Enito A.U.R.F.E.R. 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 Was haben wir hier? Fließende Sande. U.I.R. Schneller Gold sammeln. Schneller Gold sammeln. A.U.I.R. Teleportieren, verstehe. A.U.R.F.E.R. 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 Einfach umgeworfen das Ding. A.U.R.F.E.R.F.E.R.F.E.R. Ich könnte noch zwei Healer hier brauchen. Ist die Frage, ob sich das lohnt, wenn ich in jenen dieser Türme zehn von den Fernkämpfern machen würde. Kind, 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 Beyer. Emito, UIF, Dio, 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 Refer, UIF, Dio, 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 UIF, Dio, Dio, UIF, Dio, UIF, Dio, UIF, Dio, UIF, Dio, UIF. Ich könnte das natürlich beschleunigen, indem ich Leute abziehe. Geerek. Kind 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 Pan Week UIR 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 Greek Inito Kind Tai UIR Kind 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 Baya In An Witch UIR 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 Solange die nur von einer Seite kommen Tajo E Newton Greek UIR Comen A A A Wing Og Are You Do Ed TT Oh shit. So, von denen haben wir jetzt ja 17. Wir machen den Turm mal voll. 6,6. 6,6. 10,6. 10,7. 11,7. 12,7. 11,7. 12,7. 14,8. Wir können reparieren, leider nicht automatisieren. So, der soll sich mal selber hier verteidigen. Sie haben eine unserer Welle durchbrochen! Grig. Oh, ich kann gar keine weiteren Verteidigungen bauen. Kind, 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 Kind. Kind, Kind, Kind. Kint- cervical Genito Ayora- U-I-R Ayora-fair Enwicht Greek U-I-I-U-I-O Ayo, refer Grig Anwit, U-I-I-O Inito Kid Inito Inito Via Inito 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 Greg at Baya Greg Inito Gary Wir müssen, weil wir hier keine Mauer mehr haben, wenn wir die jetzt umswitchen Inwich Inito Weil wir auch nichts mehr bauen können, werden wir jetzt Nahrung und Dings alle hier helfen lassen Greg You are You are Inito Das nur noch Gold produziert wird Das ist nicht wirklich der Schaden Ein bisschen Inito 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 Nehmen wir den mal mit auf Univ Ich kann noch gar nicht hier unten gucken Dario Dario Also bis dann. Ciao.